Der Name dieses Mannes darf öffentlich nicht genannt werden. Das ist Burmas herrschende Militärregierung, eine der schlimmsten Diktaturen dieser Zeit. Dieser Mann ist gefährlich. Saganah ist Burmas bekanntester Komiker. Seine Waffe gegen das Regime sind sein Witz und sein Humor. Alle Versuche ihn mundtot zu machen schlugen fehl. Ohne Gerichtsverhandlung wurde er zu 35 Jahren Haft verurteilt. Beeindruckt von Saganahs Kampf für die Meinungsfreiheit reist Michael Mittermeier nach Burma, um der Welt die Geschichte dieses einzigartigen Menschen zu erzählen. Er ist in den Menschen's minds. So, das ist die Gate der Prislinie, die sich hinter dieser Wand schlugen. Soldiers, put the camera down. Ich hoffe, Sie bleiben. Nein. Sie können Sie nicht zerbrechen. Sie können Ihre Gedanken zerbrechen. Saganah. Ich hoffe, wir sehen uns einiges Mal. Das ist wirklich gut. Ich bin einig.